so und dann wollen wir mal hier eine schöne saftige runde fahren da muss man fahren hier und immer noch so eine fehler hier verdammt noch mal mann 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 ja s*** gibt's nicht hier komm schon hier meine kuppel das war scheiße mal werde ich hier mal langsamer hier oder was ist das hier für ein scheiß drey ist halt so wie spinne oder was alles klar ach nee ey was war netter hallo ist ein buffy heute oder wird das war gerade eine runde hier ey schade war netter schade schade und schade und ist einer noch schöner jede die nicht ja bloß 19 ist klar läuft bei mir heute läuft heute richtig gut kann doch nicht das wird ja immer schlechter hier noch mal die strecke daus immer noch immer diese drecks fehler h o n g ach komm wird doch nicht plus acht schon wieder ach komm das ist doch eine bullshit scheiße oh man naja wenigstens sehen wir uns in der nächsten runde wieder heute reden